Hallo ihr lieben Schriftstellerinnen und Schriftsteller, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wir werden uns heute mal angucken, wie man mit einer KI, wie in diesem Fall ChatGPT, eine Geschichte plotten kann, eine Outline zum Beispiel erstellen kann oder diese KI einfach als Partner im Grunde nutzt, um eine neue Geschichte zu erstellen. Ich werde an dieser Stelle nicht auf das generelle Thema KI eingehen, denn natürlich, wie ihr das sicherlich ja auch wisst, gibt es da sehr viele Argumente dagegen, warum man eine KI nicht nutzen sollte, alleine schon der Entstehungsgründe wegen, beziehungsweise wie diese ganzen Informationen gesammelt wurden. Ist mir alles klar, ich kenne auch viele Vorteile und ja, es gibt ja, es ist eine große Diskussion, das würde an dieser Stelle zu weit führen. Hier in diesem Video geht es ganz einfach um die Frage, wenn ich jetzt KI mal ausprobieren möchte und ich möchte eine kleine Geschichte damit überlegen, plotten, was auch immer, brainstormen, und wie kann ich das hiermit machen. Angenommen, ich nehme jetzt mal einfach, sagen wir mal ein Krimi, ja, also man kann ja nehmen, was man möchte. Ich möchte mal einen Krimi schreiben und mir eine Krimi-Outline dafür holen und angenommen, ich habe einfach null Ahnung von gar nichts, also Ahnung vielleicht schon, aber keine Idee. Keine Idee, was ich irgendwie schreiben könnte. Dann fangen wir erstmal an und fragen im Chat-GPT nach Ideen. Die meisten von uns haben ja schon irgendeine Art von Grundidee, was wir haben wollen. Ja, also ich nehme mal an, ich möchte zum Beispiel, sagen wir mal, einen Krimi schreiben, der in London spielt, ein bisschen düster ist, nicht zu krass, keine zu großen Gewaltszenen, sondern eher etwas, was man sich auch gut für zwischendurch irgendwie durchlesen kann. So, ich versuche es mal auf Deutsch. Ich mache das normalerweise immer auf Englisch, aber ich versuche mal, wir testen mal, wie gut Chat-GPT heute im deutschsprachigen Bereich ist. Okay, also, ich möchte einen Krimi schreiben. Man könnte auch schreiben, du bist Krimi-Autor und möchtest dir eine neue Geschichte ausdenken, und das ist beides möglich. Der in London spielt. So, Atmosphäre, würde ich sagen, urban. Spannend natürlich. Viele überraschende Wendungen. Das ist ja immer gut beim Krimi. So, wir haben oder ich habe ein Ermittler-Duo, nämlich, ich habe noch keine Figuren, aber ich sage mal, eine Frau und einen Mann. So, damit wir das ein bisschen ausgeglichen haben. So, und jetzt will ich erst mal Ideen haben. Was könnte irgendwie passieren? Vielleicht kann ich das noch irgendwie spielen. Der in London, die im Jahr 2025 spielt. So, vielleicht. Gib mir zehn, zum Beispiel könnte man jetzt Ideen oder auch Loglines, ja, Storylines. Ich mache mal Storylines. Gucken, ob er das kennt. Zehn mögliche, machen wir mal, zehn mögliche Storylines zu diesem Krimi. So, und dann gucken wir mal, was passiert. Man muss dazu Folgendes sagen. So, eine KI ist wirklich eher wie eine Assistenz. Ja, also hier kommen jetzt so ein paar Ideen, und die meisten davon werden nicht besonders gut sein. Alles, was die KI uns liefert und anbietet, ist ja irgendwie wiedergekäut. Die Kunst dieser Sache ist, nicht einfach das zu nehmen, was sie vorschlagen und dann daraus was eins zu eins zu machen, sondern verschiedene Ideen miteinander zu kombinieren. Also, es geht mehr darum zu sehen, was ist hier sinnvoll, was klingt nach einer guten Idee, was möchte ich schreiben und wie könnte man vielleicht verschiedene Dinge miteinander kombinieren. Ja, also ich weiß schon zum Beispiel, hier ist ja die Idee mit der Künstliche Intelligenz Verschwörung. Ein hochrangiger KI-Entwickler wird tot aufgefunden. Da weiß ich schon für mich persönlich, dass ich keine Lust habe, mich in diesen technischen Sachen zu verlieren und ich habe keine Lust, einen technischen Roman zu schreiben. Das heißt, in meinen persönlichen, subjektiv empfundenen Krimis würde es immer mehr ums Menschliche gehen, weniger um Technik. Das heißt, für mich wäre das schon mal nichts. Aber trotzdem gucke ich mir an, was er hier so gemacht hat. Schauen wir mal. So, dadurch, dass ich jetzt 2025 geschrieben habe, ist er so ein bisschen auf Technik gegangen. Aber davon kann ich ihn ja auch wieder abbringen. Ich kann sagen, vergiss das Jahr und konzentriere dich auf das und das und das. Wir gucken erst mal, was er hier gemacht hat. Virtuelle Realität. In einer Welt, in der virtuelle Realität allgegenwärtig ist, sterben Menschen, während sie VR-Brillen tragen. Das ist ein Mittler-Duo entdeckt, dass ein Hacker, die, nee, das ist nichts für mich. Technologie, nee, ist auch nichts für mich. Es gab jetzt eine Themse. Eine Reihe von Leichen wird in der Themse gefunden, alle mit rätselhaften, alchemistischen Symbolen versehen. Die Ermittlungen führen in die Welt einer okkulten Geheimgesellschaft. Aber vielleicht, wäre vielleicht was, was mich interessieren würde. Ein verheerender Cyberangriff? Nein. Eine Serie von Attentaten? Opfern mit einem geheimen Biotechnik? Nein, ist auch nichts für mich. Das klingt für mich schon ein bisschen interessanter. Ich kopiere mir das mal hier so als Zwischenablage quasi rein. Damit ich weiß, was ich gut fand, sozusagen. KI wollen wir nicht. Ein ermordeter Journalist hinterlässt eine Reihe verschlüsselter Botschaften. Die auf Korruption und Verbrechen in den höchsten Regierungen. Also der zweite Teil gefällt mir nicht, weil ich mag persönlich nicht diese politischen Thwiller. Aber ein Polizist hinterlässt eine Reihe von verschlüsselten Botschaften. Finde ich als Idee sehr gut. Das übernehme ich dann auch mal hier unten in meine Zwischenablage. Ein Serienmörder scheint wieder zuzuschlagen. Das Duhum muss alte Fälle aufrollen. Ja, das ist, glaube ich, sehr beliebt, sowas zu machen. Cold Cases habe ich jetzt heute aber gerade keine Lust zu. Wäre aber natürlich was, was man nehmen könnte. In einer Stadt, die von modernen Überwachungstechnik durchdrungen ist, geschieht ein perfekter Mord. Ja, ja, hm, hm, hm. Okay, also, ich habe hier zwei Sachen, die mir ganz gut gefallen, aber die, ja, natürlich immer noch nicht das sind, womit man wirklich arbeiten kann. Ich werde eben das jetzt zurückspielen und sozusagen sagen, warum ich die anderen Sachen nicht so gut fand. Also, ich mache erstmal so. Mir gefallen folgende Ideen. Und ein ermordeter Journalist. Blibla blub. So. Bitte fokussiere dich auf. Jetzt sage ich im Grunde, was ich für Krimis mag. Wie ich gerade schon sagte, ich mag nicht diese technologischen oder politischen Sachen, sondern eher, wo es um Familienzwist und Dramen und Geheimnisse und diese Sachen geht. Deshalb werde ich Ihnen da jetzt auch hinweisen. Bitte fokussiere dich auf zwischenmenschliche Dramen, Geheimnisse und Probleme. Vermeide, vermeide technologische oder politische Schwerpunkte. Bitte gib mir fünf weitere Ideen für diesen Krimi. So, und dann gucke ich auf, was er hat. Und dann kombinieren wir aus diesen verschiedenen Sachen dann unsere sogenannte Lockline. Ja, die Lockline ist sozusagen der Pitch, ja, die Einsatzzusammenfassung, wo man einfach versucht, die Grundidee des Romans in möglichst wenigen Sätzen zusammenzufassen. Und daraus kann man dann weiterentwickeln, ja. Also wir machen jetzt hier mal die Lockline und werden dann im nächsten Video uns angucken, wie man aus der Lockline dann die Outline macht oder auch die Figuren. Ja, also in diesem Fall haben wir jetzt einfach noch gar nichts vorbereitet sozusagen. Das ist einfach der Sprung ins kalte Wasser, um zu sehen, wie das so funktionieren kann. Okay, so, wir schauen mal, was er hier hat. Das Geheimnis des alten Theaters, ja, das ist alles mehr so mein Ding. Und daran merkt ihr schon, die anderen Ideen hier oben sind deswegen nicht schlecht, aber man sollte sich, finde ich persönlich, das ist ja meine persönliche Meinung, ich suche mir gerne Ideen raus, wo ich selber halt auch wirklich richtig Lust drauf habe, die zu schreiben. Diese anderen Sachen, diese militärischen Sachen oder technologischen oder politischen Sachen können ja trotzdem erfolgreich sein und wir, wenn ihr euch die Buchwelt anguckt, die Sachen sind ja natürlich auch erfolgreich. Aber es ist halt einfach nichts für mich, sondern ich möchte das ja schreiben, es muss mein Roman sein, ich möchte mich mit dieser Geschichte identifizieren und ich persönlich mag eben diese psychologischen Sachen sehr viel lieber. Also schauen wir mal, was er hier hat. In einem verlassenen Theater in Soho wird der Leichnam einer unbekannten Frau gefunden. Das ermittle, du entdeckt, dass das Theater ein Schauplatz eines berüchtigten, ungelösen Mordes war. Ja, das ist eher so das, was ich persönlich gerne schreibe und lese. Das beginnt, die Vergangenheit aufzudecken. Tragische Liebesgeschichte, ja, finde ich, finde ich wunderschön. Also das, das ist voll was, was ich mag. Okay, was haben wir noch? Ein renommierter Botaniker in einem geheimen Garten, der auf keiner Karte verzeichnet ist. Oh, das finde ich auch sehr spannend. Bei ihren Entmittlungen entdecken geht die Rivalität, die zu einer natürlichen Obsession führen. Okay, den zweiten Satz finde ich nicht so gut, aber ein Garten, der nirgendwo verzeichnet ist, finde ich als Idee ganz gut. Könnte man ja auch im Theater machen, dass da irgendwelche Räume oder was auch immer drin sind. Oh, schön, schön, schön. Okay. Ein wertvolles Gemälde verschwindet in einer Privatsammlung. Ja, das sind einfach Sachen, die viel zu oft schon benutzt wurden. Das interessiert mich jetzt nicht so. In einer verlassenen Villa, in einem wohlhabenden Londoner Vorort, werden menschliche Überrisse gefunden. Die Ermittler entdecken die dunkle Geschichte. Die mit einem berühmten Schriftsteller der 20er Jahre, sie stoßen auf ein Jahr, könnte man machen, spricht mich jetzt nur nicht ganz so an. Aber das wäre mit dieser verlassenen Villa auch etwas, das ich persönlich ganz nett fände. Okay, das war schon ein Kind, ein Fall, der vor 25 Jahren nie gelöst wurde, also ein Cold Case wieder. Das war schöner als ein kleines Mädchen, eines kleinen Mädchens aus einer Londoner Nachbarschaft, wird wieder aktuell das neue Beweise auftauchen. Ja, gut, könnte man machen. Aber dann nehme ich jetzt einfach mal diese beiden Ideen. Ihr merkt schon, hier kommen ja verschiedene Ideen. Ich könnte jetzt wieder weiter reingehen und sagen, kannst du dieses nochmal anders schreiben und so weiter und so fort. Aber damit das Video jetzt nicht zwei Stunden lang wird, machen wir einfach das hier. So, mir gefällt diese Geschichte mit dem Theater und einer unentdeckten Liebe und Hass nicht gesehen, Familiengeheimnis, bla bla. Und mir gefällt dieser geheime Raum, nehme ich das jetzt mal. Also ich werde das hier jetzt verknüpfen. In einem verlassenen Theater wird ja leichter meine unbekannte Frau gefunden, das Mittelhöhlen, das hier, das, äh, das, äh, das war. Sie beginnen, die Vergangenheit aufzudecken und stoßen auf eine tragische Liebesgeschichte und alles so. So, hier muss ich das irgendwie mit reinbringen, mit diesem geheimen Garten. Vor sie beginnen, würde ich mal sagen. Ähm, ähm, dass er mit, so, dass er mit, la, du, o, entdeckt. Oder nee, wartet mal. Ich mache das hier vorne. Ich übernehme das tatsächlich so, dass der Leichnam dort gefunden wird. wird, so, in einem Raum, der auf keiner, naja, mal gucken, ob er weiß, was ich meine, verzeichnet ist, der Leichnam einer unbekannten Frau. Oh, in einem geheimen, in einem geheimen, in einem geheimen Raum. Okay, so, das nehme ich jetzt aus. In einem verlassenen Theater in Soho wird in einem geheimen Raum, der auf keiner Karte verzeichnet ist, der Leichnam einer unbekannten Frau gefunden. Ja, ich frage mich, wie, wenn er diesen Raum einfach gar nicht gibt. Aber egal, das Ermittler, du, entdeckt und so weiter und so fort. Okay, so, jetzt sage ich ihm im Grunde, ich nehme folgende Idee und dann mache ich das sozusagen als Zitat, schwupps. Und dann wird er mir schon so ein bisschen Ideen geben, was, genau, was man berücksichtigen könnte, sozusagen. Und von da kann man dann weitergehen und sagen, okay, ich habe jetzt eine Grundidee, es wird irgendeine Art von Mord im Theater sein. Und dann geht es natürlich weiter. Dann ist die Frage, wer der Mörder ist, wer ist unser Ermittler-Duo, was ist passiert, wie funktioniert das alles und was kann man tun, sozusagen, um das zu machen. Sagt er hier auch schon, man braucht Charaktere natürlich, hier sind einige Aspekte. Charaktere des Ermittler-Duos, man sollte also Charaktere ausarbeiten. Das Theater könnte eine reiche Geschichte haben. Das bedeutet, dass man natürlich dieses Setting, das wird oft vernachlässigt, auch das Setting kann ganz viel dazu beitragen, dass ein Roman spannend ist, weil das Setting auch leben kann. Das Setting kann wie eine Figur fungieren. Ungelöste Vergangenheit, der ungelöste Mord aus der Vergangenheit. Ja, das ist nicht ganz so interessant für uns. Tragische Liebesgeschichte, Familiengeheimnis, Spannung, Atmosphäre. Nutzen Sie die Atmosphäre des verlassenen Theaters, um Spannung zu erzeugen. Genau, die Auflösung. So, die Auflösung sollte sowohl den aktuellen Fall als auch die vergangenen Geheimnisse miteinander verknüpfen. Leben, Charaktere und so weiter. Okay, so, und an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir das Video, weil so gezeigt werden konnte, wie man aus Nichts, sozusagen in Anführungszeichen Nichts, einer groben Idee von hier oben, ich gehe nochmal nach oben, die grobe Idee, irgendein Krimi in London, Spannend und Wendungen, ist geworden eine, wo wollen wir es dann, hier, ist geworden eine Geschichte in einem Theater mit einem Geheimraum und einer unbekannten Frauenleiche. So, da habe ich also schon mal einen Ausgangspunkt, von dem aus ich dann weiter arbeiten kann. Und da vielleicht nochmal als Tipp, wenn ihr mit einer KI arbeitet, dann denkt nicht, dass sie euch den perfekten Roman liefert, sondern ihr seid der Chef und die Chefin und die KI ist quasi wie so eine Art guter Praktikant, die euch Ideen gibt und ihr müsst sie dann aber evaluieren. Ihr müsst sie dann bewerten, auseinandernehmen, neu kombinieren, sagen, nee, geht mehr in die Richtung, die Richtung. Also ihr habt den Hut auf. Denkt nicht, dass die KI euch ganz tolle Sachen ohne Arbeit gibt, sondern die KI ist wirklich eher so ein guter Sparrings-Partner, aber ihr seid fehlerführend. Genau. Okay, ich hoffe, dass euch das zeigen konnte, in welche Richtung man die KI so nutzen kann, um einfach generell mal eine Lockline zu erstellen. Und in weiteren Videos dieser kleinen Miniserie sozusagen werden wir dann hier diese Idee weiter verfolgen, Ermittler erstellen, also den Ermittler und die Ermittlerin erstellen. und gucken, was für eine Geschichte hierbei rauskommt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wenn ihr weitere Sachen lernen wollt zum Thema Schreibhandwerk, Marketing oder Mindset, schaut euch gerne die anderen Videos an. Bis dann! Bis dann! Wow! Hoch, Wal, 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 Lei, Untertitelung des ZDF, 2020